Moin meine lieben Bootser, was geht? Ich bin's wieder, euer Flying Uwe. Wie geht's euch? Ich hoffe euch geht's gut. Leute, heute ein paar Runden Tetris 99, das Battle Royale sozusagen für Tetris. Man spielt gegen 98 andere Spieler, deswegen Tetris 99, du selbst bist der 99. Spieler. Hier mal so ein paar Momente, die gut liefen, aber dann merkt man, oh scheiße, ich hab wieder Müll gebaut, ich hab mich wieder verbaut und so weiter und so fort. Für die Leute, die das Game so nicht kennen, die grauen Steine, die immer dazukommen, das sind die Steine der Gegner der 98 anderen Spieler, die ja auch da im Hintergrund irgendwie groß rauskommen wollen. Auf jeden Fall hier mal ein paar coole Momente und gerne Tipps und Tricks in die Kommentare. Wer von euch spielt überhaupt Tetris? Man denkt ja eigentlich oldschool, langweiliges Game, aber ich muss sagen, das Game hat es in sich und es ist sehr, sehr schwer und man wird schon irgendwie süchtig davon. In diesem Sinne, genießt das Video, Feedback in den Kommentaren und Daumen nach oben geben. Bis zum nächsten Mal. Es wird zukünftuna. Es wird durch dich in die deconst Dragons um nur etwas Ráng. Ich bin so lange in Wolkoth. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ah! Das war's für heute. Das war's für heute. Ah! Ah! Gott! Nein! Oh fuck. Das ist ja zu schnell, Digga. Damit hab ich jetzt nicht gerechnet. Das war's für heute. Boah, Digga. Das ist richtig krap. Komm mal hier, wenn der Toxic geguckt ist. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist alles verkackt, das ist schon verkackt Leute, das spürt man direkt im großen Cock, das wird alles einfach nichts mehr, verstehst du? Ah, wie der verfotzt man, kann man immer so... Das ist alles verkackt, das ist schon verkackt, das ist schon verkackt, das ist schon verkackt. Das ist schon verkackt, das ist schon verkackt, das ist schon verkackt. Das ist schon verkackt, das ist schon verkackt, das ist schon verkackt. Das ist schon verkackt, das ist schon verkackt, das ist schon verkackt. Das ist schon verkackt, das ist schon verkackt. Das war's. Ah, das war nicht so gut. Das war's. 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 weil. Es lief so gut. Lauf so? Ah Leute, das war verkackt. Was ist das für ein Spiel, oh wie krass, der Niklas fragt tatsächlich was das für ein Spiel ist.